Wuh, wuh, wuh. Bla, 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 20 Münzen gegen einen Stern. Ja, nein. Bitteschön. Und ich war fies, Simi. Ehrliche Arbeit für ehrliche Belohnung. Wario! Jo, dieses Item ist so ehrenlos. Jo, was geht? Wie kann ich dir helfen? Münzen klauen oder einen Stern klauen? Alles klar. Come on, ich hab eben gerade erst einen Stern bekommen. Wario! Jo, ja, 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 ja. Hä? Wieso geht er nicht zum Stern? Jo, ja, ja, ja. Oh, du schon wieder. Wie kann ich dir helfen? Als ob er lieber zu Boho geht. Willst du einen Münzen klauen oder einen Stern? Du bist der Boss. Wie viele Sterne willst du noch von mir klauen? Jo. Wario! Na klar, dritt es mich! Hahaha! Jetzt werde ich auch Sterne klauen! Let's go! Okay, zuerst. Und... Wauw! Wauw! Wauw!